Das fünfstöckige Verwaltungsgebäude der Rostockport GmbH, zentral gelegen im Überseehafen, ermöglicht einen weiten Rundblick über das Hafenareal. Das Bild des größten Seeumschlagplatzes in Mecklenburg-Vorpommern und an der deutschen Ostseeküste hat sich in seiner über 60-jährigen Geschichte permanent verändert. Häfen dulden keinen Stillstand. Auf längere Sicht die weitere Entwicklung und notwendigen Wandel zu gestalten und zu begleiten, ist die Kernaufgabe des Hafenbetreibers Rostockport. Märkte, Güterströme und Kunden reagieren flexibel auf neue Trends und Technologien. Vorausschauend passt Rostockport die Hafeninfrastruktur den künftigen Herausforderungen an. Terminals werden ausgebaut, Liegeplätze modernisiert und Gewerbeflächen erschlossen. Mit dem Besitz von Grund und Boden sowie Immobilien, Kaianlagen und Wasserflächen ist das Unternehmen in der Lage, die notwendigen Gestaltungsprozesse frühzeitig anzustoßen und voranzutreiben. Im Blick hat das Team von Rostockport dabei stets die Wettbewerbsposition des Überseehafens zu verbessern.